Die Zusammenarbeit mit der TTS in drei Worten, es macht Spaß, Inhalt, zielorientiert. Wir sind schon sehr lange mit der TTS im Geschäft und jetzt steht eine ganz neue Herausforderung an. Wir alle Unternehmen müssen wir auf SAP S4HANA gehen und haben da wirklich einen komplett neuen Ansatz im Bereich Standardisierung und Harmonisierung unserer Prozesse weltweit über das ganze Unternehmen drüber und da ist natürlich eine besondere Herausforderung das Thema Learning, das Thema Change und da setzen wir ganz stark auch auf TTS und die Zusammenarbeit mit euch. Wir nutzen die TTS Performance Suite, die bei uns, wie wir es immer gerne machen, auch einen anderen Namen bekommen hat. Die nennen wir Bosch Learning Space, hauptsächlich im SAP ERP Umfeld. Der größte Benefit für Bosch aus der TTS Performance Suite ist sicherlich, dass wir die Bündelung aller, ich sag mal, in den unterschiedlichsten Medien herumfliegenden Lerninhalten an einer Stelle mal bündeln und über die Suchfunktion wirklich auch auffinden und dass wir dann klar unterscheiden können zwischen dem formalen Lerninhalten, die in der Performance Suite dann drin sind und dem während der Arbeit laufenden, dem Performance Support nutzenden Inhalt, dass wir das beides an einer Stelle haben, dass das aus einem Guss ist, dass beides zusammen ein Bild ergibt. Aus unserer Sicht ist es die optimale Verbindung aus diesen weichen Themen wie Change und Lernen und der harten Einführung eines IT-Projektes zusammen mit einer sehr kompetenten Mannschaft von TTS. Da ist das ganze Paket abgerundet gewesen und es hat für uns am meisten Sinn gemacht, genau auf dieses Pferd zu setzen.